Auch der Weisse, der im Burgunderstil gemacht wurde, war anfangs noch etwas jung, den haben wir extra noch etwas liegen lassen, der ist jetzt fantastisch. Er hat eine wunderbare Frische und trotzdem eine gewisse Kraft und Intensität und ist keine Kopie eines weissen Burgunders, ist zwar auch im Fass vergoren, ist aber geprägt von den lokalen Truppensorten. Sehr, sehr schön.